Das sind aber echt friedliche T-Rexe, ne? Wenn ich schon so um die rumfahren kann und sie so provozieren kann. Herzlich willkommen zurück bei Jurassic World Evolution hier beim Metalizer. Ja, es gab ja schon einiges zu sehen und wir machen jetzt direkt weiter. Und zwar würde ich mich ganz gerne mal um die ein oder andere Mission kümmern. Und zwar sollen wir jetzt ein Penta-Ceratops mit einer Bewertung von 128 freilassen. Ja, beim letzten Mal hatten wir unsere T-Rex hier. Die beiden, die wir ein bisschen, ja, genetisch verändert haben. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt einfach aufgrund dieses Erfolgs mal ein wenig weiter. Und dieses Gebiet hier eignet sich, denke ich, zumindest ganz gut. Wobei wir könnten auch hier, ja, wir machen es hier. Wir machen es hier. Wir lassen hier den Penta-Ceratops mal rei, beziehungsweise brücken den. Das heißt, wir bauen jetzt mal das Gehege. Müssen wir erst mal gucken. Ich denke mal, hier passt es ganz gut. Ja, hier passt es gut. Und, ähm, natürlich müssen wir das Gelände ein wenig ebnen. Wie immer. Wenn das wieder alles ein bisschen ansehnlich und gut aussieht. Wir müssen aber schauen, wie wir das mit dem Gehege hier am besten machen, damit die Leute auch was sehen können. Ah, da müssen wir mal schauen, wie wir das am einfachsten entgekriegen. Aber da werden wir auch jetzt gleich einen Weg finden. Na, das Leben. Und das Leben ist immer noch ein Weg. Wir machen hier mal elektrische Betonzäune, weil so, wenn so ein Penta-Ceratops ausbricht, mit den Hörnern, ähm, dann ist nicht zu viel Spaß da. Aber, und, äh, wir ziehen das Ganze jetzt mal so ein bisschen in die Richtung hier. So, dann haben wir auch schon, naja, nicht ganz. Wir müssen hier auf der anderen Seite auch nochmal ein Gehege oder ein Zaun bauen, besser gesagt. Und wir setzen natürlich hier wieder die Rundenzäune ein. So, hier nochmal eine Kurve rum. Ja, dann sieht das Ganze doch halbwegs annehmbar aus, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal, dass die Besucher auch was sehen können. Ah, das ist hier vielleicht nicht ganz so optimal. Jetzt eigentlich... Ah, wie bauen wir das denn am besten jetzt hier auf der Ecke? Vielleicht machen wir es doch nochmal anders und ich reiße nochmal das Gehege nochmal ab. Also zumindest die, die Mauer hier reiße ich ab. Und dann stellen wir nämlich hier die Beobachtungsplattform. Die stellen wir dann an der Ecke hier hin. Ja, dann ist der Großteil des Geheges sichtbar. So, wie wir es eigentlich auch haben wollten. Das gucken wir mal, dass wir hier nochmal einen Weg rankriegen. Auch das sieht jetzt gut aus. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir das Gehege hier nochmal abschließen. Wir brüten schon mal den Pentaceratops aus mit der Bewertung von mindestens 128. Wobei, bevor wir das machen, brauchen wir natürlich noch Upgrade-Plätze. Und zwar machen wir die Erfolgsrate 4.0 mit rein. Wie ich sage, machen wir auch direkt dreimal, damit wir 120% am Ende haben bei der Erfolgsrate. Und dann brüten wir mal. Wo haben wir denn den Pentaceratops? Wahrscheinlich bei P. Hier haben wir ihn. Und wir gucken mal, was wir beim Genom, bei der Genommodifizierung nochmal machen können. Das Muster ist okay. 79 Bewertungen, ja. Das passt auch. 89er Bewertung. Wie gesagt, wir gucken mal hier unten auf die Bewertung. Das sieht auch soweit gut aus. Belastbarkeit. 109. Das auch. Hier noch 120er Bewertung. Fantastisch. Und bei der Verteidigung. 124 Sozialverhalten. Es ist ja ein kleines Gehege. Es ist ja ein kleines Gehege. Wobei. Ja, ich will jetzt nicht das Sozialverhalten auf. Nee, nee. Naja, das lassen wir so, wie es ist. So, hier nochmal erhöhte Knochendichte. Und dann sollte der auch passen für 1,4 Millionen. Da brüten wir gleich zwei aus. Gut, und dann brauchen wir natürlich auch noch was zu fressen. Das heißt, wir bauen hier im Gehege nochmal eine erweiterte Bodenfutterstation für Pflanzenfresser ein. Einmal hier und einmal dort. Und dann klingelt hier noch ein bisschen Wasser. Wir hoffen, dass wir es irgendwo hin platzieren können. Ja, dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Dann müssen wir hier ein bisschen erhöhen. Mal gucken, ob es hier dann gleich klappt. Er ist nicht die größte Wasserstelle, aber es ist zumindest eine. Auch wenn sie hier direkt fast am Elektrozaun dran steht, beziehungsweise der Elektrozaun drüber geht. Aber naja. Darüber blicken wir mal hinweg und ignorieren das Ganze. So ein bisschen Wald sollen wir auch noch kriegen hier. In der Hoffnung, dass das dann auch schon reicht für die. Ja, dann ist das Gehege eigentlich auch schon fertig. Wir haben halt nicht so viele Anpassungsmöglichkeiten beim Gehege. Aber, ja, was soll's. Es funktioniert zumindest. Dann gucken wir gleich mal. Wir haben schon Besuche hier drin. Wir haben schon 13 Gäste, die in ein leeres Gehege reinschauen. Kann man machen. Und hier ist ein Dino fertig. Ach, die Dailos sind fertig. Ja, klar. Raus mit euch. Raus mit die Viechers. Ja, begrüßt deine neuen Freunde. Raus mit den neuen Eifern hier aus, wahrscheinlich. Gut. Den lassen wir frei und den hier auch. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Gesellschaft. So, das Ranger-Team kann sich dann gleich mal hier um die Futterstation kümmern, um die beiden. Und hier oben auch, wo die Leiterschwelle. Dann nehmen wir aber das zweite Ranger-Team. Rangerteam 1 kann das Ziel nicht finden. Haben wir da hinten noch? Ja, natürlich hast du einen Verdacht. Du hast immer einen Verdacht. So, wir müssen natürlich auch nochmal Tore bauen. Zu den jeweiligen Anlagen hier. Und Wir haben einen... Ja, der Pentaceradops ist fertig. Ui, schönes Muster. Wie ich finde. Ja, herzlich willkommen im Bar-Kino. Ja, natürlich habe ich abgeliefert. Was denkt der sich denn? Wir müssen auf jeden Fall hier... ...nochmal neue Missionen freischalten. Und wir gucken erst mal kurz bei den Genen. Graslandanpassung. Die bevorzugen offenes Grasland anstelle vom Wald. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und wir sollten jetzt erst mal eine neue Mission annehmen. Und zwar... ...von der Unterhaltungsabteilung. Hey, ich habe gerade einen neuen Auftrag erhalten, den Sie sich auf jeden Fall ansehen sollten. Schießen Sie mit der Kamera des Radio-Teams ein Foto, auf dem ein Kano-Taurus und ein Mutabura-Saurus zu sehen sind. Ähm... Okay. Die müssen wir gleich mal züchten. So, eine zweite Penta ist auch fertig. Mal gucken, wie das Sozialverhalten jetzt da hier aussieht. Ich glaube, wir brauchen nämlich nochmal ein oder zwei mehr. Würde ich fast schon sagen. Ja, wir sollten uns da nochmal ein weiterer holen. Oder? Ja. Definitiv brauchen wir noch einen oder zwei weitere. Wir können einfach mal zwei gleich züchten. Ausbrüten. Und ausbrüten. Die beiden sozialisieren sich jetzt hier gerade? Ja, ihr... Ihr sollt Freunde werden, die beiden, ne? Bitte. Nein, ich will nicht. Doch, du musst. Ja, okay. Die sind immer noch einsam. Aber gut. Der ideale Bestand sagt auch drei bis fünf, beziehungsweise die soziale Gruppe sagt drei bis fünf. Aber ich glaube, sonst von der Fläche hier passt denen das. Grasland genug, äh, Wald genug, Sumpf genug. Alles super. So, hier sind 141 Gäste drin. Das ist doch auch schon mal gut. Jetzt müssen wir mal gucken, warum wir immer noch... ...en Strom... Ja, gut. Ach, hier oben. Kraftwechsel wird der Sabotage her. Das ergibt da natürlich Sinn. Dann müssen wir noch einen Augenblick warten, bis das Kraftwerk wieder funktioniert. So, der T-Rex, was macht der? Streift ihn her. Darf ich gerade noch beschlafen? Ich weiß gar nicht, wo sein Kollege schon wieder ist hier. Ach, der ist eben bald. Okay, alles klar. Ich habe gedacht, der klappert vielleicht die Zäune ein bisschen ab und guckt, ob da irgendwas... ...locker ist oder lose sitzt. Oh, Bowlingbahn ist voll. Alles klar. Er braucht natürlich zehn Kegel. ...für 23. Die Bude ist natürlich auch jetzt schon echt brechend voll. Oh, 25 einfach mal. Mal gucken. Das wird hoffentlich schon wieder ins Bus reingehen. So, der... ...Penta-Ceratops ist fertig. Der nächste... ...lassen wir beide frei. Und jetzt vertragen die sich auch, ne? Die beiden hier, oder? Ja, okay. Das sollte wahrscheinlich nicht so aussehen. Kuscheln. Die machen eine Fusion, oder? Ja. Jetzt freuen die sich über neue Gesellschaft. Das sieht doch gut aus. Die Geborgenheit geht wieder nach oben. So sollte es sein. Dann packen wir das nächste Hemmendentwicklungslabor hier mal hin. Und zwar... ...an der Stelle hier. So, da müssen wir ein bisschen glätten. Wir sehen es. So, der Sturm ist aber auch vorbei. Das heißt, wir können die Besucherlachen wieder rauslassen. Wir dürfen wieder raus. Guckt euch die Dinos weiter an. Und wir brauchen hier natürlich auch wieder ein bisschen Strom. Das können wir, glaube ich, an der Stelle hier sogar ganz gut machen. Das Ranger-Team wird gleich losfahren. Oder fährt hoffentlich schon. Ja, die füllen jetzt hier gerade das Ganze auf. Und dann operieren sie jetzt hier die Besucherstation. Und dann sollten wir vielleicht hier nochmal... Ist alles verbaut, ne? Ach, das ist so ein Dino hier. Okay, alles klar. What up here, kleinen Dinos. Jetzt können wir es bauen. Dann können wir eigentlich hier auch nochmal einen Durchschnitt machen. Damit unsere Ranger-Teams hier auch vernünftig durchkommen. Da auch nochmal einen. Ja. Und dann passt das. So können die Ranger-Teams wenigstens durch die Einzelnen hierher gefahren. Und müssen nicht irgendwelche Umwege fahren. So wie hier jetzt. So wie die jetzt hier. Fahren geschmeidig an den ganzen Besuchern vorbei. Also das ist ein sportlicher Fahrer hier. Nimmt auch keine Rücksicht auf irgendwelche Menschen. Da wird einfach drüber geheizt. Und nochmal hier das Umspann-Werr bzw. den Strommast. Der wird auch nochmal mitgenommen. Ja, kein Problem. Und jetzt wird das große Umspann-Werr da hinten nochmal repariert. Oh, der fährt da wird. Alter. Der ist mutig. Der hat Bock. Und wir können es natürlich auch selber fahren. Ja. So. Können wir mal ins T-Rex-Gegeben reinfahren. Und mal ein Foto von den beiden machen. Hallo. 47.000 Euro wert. Schade. Oh, die kleine Ziege. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht, ne? Ja. Die Signalpistole. Bin ich mir immer nicht sicher. Was die jetzt eigentlich bewirkt. Wir testen es einfach mal. Okay. 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 Da schauen die Dinos sogar drauf. Krass. Scheinten die T-Rex den beiden gar nicht zu stören, ne? Irgendwie ist das denen vollkommen egal. Ja. Okay. Oh ja. Ich kann die mich Culier tun. Der wieger. Nein. Ich kann die doch in die Jagd mal reinfahren. therein. Okay. auch nicht. Die haben gerade den Bock mich zu jagen. Nö, wollen die gar nicht. Oh, Tyrannosaurus Rex ein Ranger-Team angreift. Hups. Oh, oh. Na komm, jag mich. Jag mich doch. Die hupen irgendwo. Naja, da ist der GSU, die Hupe. Das sind aber echt friedliche T-Rexe, ne? Wer ich schon so um die rumfahren kann und sie so provozieren kann? Oh, wir haben eine Krankheit, die ausgebrochen ist. Darum müssen wir uns vielleicht mal als erstes kümmern. Ähm, wo haben wir es denn? Wer ist denn hier krank? Und um den Strom ist es auch direkt mal. Hier haben wir einen Dracorex, der krank ist. Da schicken wir doch gleich mal den ACU-Helikopter hin. Einmal behandeln bitte hier, damit hier bloß keine Krankheit ausbricht. Bis nach FumID. Na, da ist es. In PR. MitSi haben wir das? In Michelin da? Na, da ist die ganze maiہ. ania. Vielen Dank.